Thomas, jetzt sitzen wir hier in dem Zelt, das ist extra ein Aufbautor für die Mediale. Hinten daran sieht man Gold, wie das natürlich auch passt, zum gehörigen Motto. Gold heisst ja das Motto vom gehörigen Orten seit 2019 hier im Schloss Werderberg. Mediale 7. Juni bis 16. Juni. Was erwartet uns denn da so? Ja, Mirella Weingarten hat zum achten Mal eine Schloss Mediale organisiert, damals zum Thema Gold. Wie du schon gesagt hast, das Programm ist reichhaltig von Künstlern im Schloss, zum Beispiel die drei, die im Städtli jetzt gewohnt haben, insgesamt sechs Wochen, die extra Kunstwerke für das Schloss machen, hat es natürlich eine Reihe von Konzerten. Neuer Musik, alter Musik und weitere Kunst, die ausgestellt ist. Es geht darum, dass wir diesen Ort etwas verwandeln, dass wir in diesem historischen Schloss hier auch neue, aktuelle Auseinandersetzungen mit Kultur zeigen können. Mirella Weingarten hat das wieder gebracht und vollbracht, dass sie alte Musik, also solche, die hier im Schloss ja auch heimisch war, und neue Musik, also Töne, die man vielleicht nicht ganz so einordnen kann, zusammenbringt, zu einem Konglomerat, zu einer schönen Mischung, die das Thema Gold präsentiert. Im Hintergrund hören wir jetzt Schüler, die waren hier am Schlosshof. Das Museum ist jetzt diese Zeit geschlossen, bis zum 7. Juni und während der ganzen Zeit von der Mediale. Ja und nein. Also das Museum ist eigentlich offen, es ist nur anders. Es ist dann ein Kunstmuseum in den historischen Räumen. Wer also gleich ins Schloss will und einfach das Schloss weg anschauen kann das natürlich. Es ist dann halt einfach ein Kunstschloss, aber man sieht die Mauern, man sieht die Feister, es ist im Prinzip ähnlich. Es hat einfach da und da eine Bühne, wo dann eben die Konzerte stattfinden und dort und da eine Kunst, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt ins Schloss gehört, aber auf den zweiten Blick dann vielleicht eine Anregung gibt für eine Auseinandersetzung mit der Geschichte. Jetzt sind wir an diesem Zelt hin, wo extra aufgebaut wurde. Es ist eins von zwei Zelt, wenn man herkommt, jetzt auch schon erzählt. Also es ist nicht nur gerade für Musik oder für Kinder, Kindermedialen oder Künstlergespräche oder Yoga oder Bogenschiessen, sondern es ist auch kulinarisch etwas möglich da, oder? Ja, man kann da jeden Tag etwas anderes zum Thema Gold essen, nicht Gold selber, aber es gibt da genug Spezialitäten, die über die Woche da gegessen werden können. Immer am Mittag und am Abend, auch nach dem Konzert, kann auch gegessen werden. Und für das ist das zweite Zelt draussen, wo die Mitarbeiter, die Künstler ihre Sachen deponieren können und wo eben auch die Küche ist, wo dann gekocht wird für hier. Ja, dann gehen wir mal rein, zu schauen, wie die Aufbauarbeiten schon vorankommen sind, gell? Ja, bitte. Es ist halt jetzt nicht so schön aufgeräumt, weil es ist im Umbau. Die Sachen stehen da oben, es wird verleiht, Kabel, Kunst und so weiter, Kisten. Aber am Freitag, am 6. ist dann offen. Es steht dort und da jetzt halt etwas rum, aber wir verraten noch nicht zu viel, vor allem die Sachen sind ja noch nicht schön ausgeleuchtet, also es wird noch ganz anders. Also wir sind jetzt hier im ersten Stock. Einer von den Künstlern, der im Städtli gewohnt hat in dieser Zeit und immer noch wohnt, ist Frank Bölter. Er hat ein Ferrari gefaltet, Frank, oder? Mamma mia! Frank, was ist denn das für ein Ferrari? Ja, das ist der Ferrari F1, mit dem Michael Schubacher damals Weltmeister geworden ist. Und ich habe ihn damals gefragt, ob er mit mir zusammen und seinem Rennsteil gemeinsam so einen großen Ferrari 1, Formel 1 Rennwagen falten will. Er hat aber leider ausrichten lassen, dass er für sowas nicht zu haben sei. Da habe ich etwas gemeinsam mit ihm, ja. Und dann habe ich mir so Hobby-Rennfahrer gesucht und habe das mit denen gemacht. Also wir reden über Origami in Lebensgröße, Maßstab 1 zu 1, wenn nicht sogar ein bisschen größer und das kann ich nicht alleine falten. Deswegen lade ich Leute ein und ich habe hier im Städtli in Werdenberg Leute eingeladen, die mindestens dreimal geblitzt worden sind. Also Freunde der Raserei, mir zu helfen beim gemeinsamen Falten. Also das Papier ist zu groß, ich kann das nicht alleine machen. Und dann haben wir hier sozusagen in der Gruppe diesen Rennwagen gefaltet, wo man auch vorher nicht wusste, ob es klappt. Dann sind das alles goldene Strafzettel oder was? Das sind goldene Rettungsdecken. Ah, was goldene Rettungsdecken? Rettungsdecken mit der... Oh, um Gottes willen, was? Echte Rettungsdecken? Ja, mit der Unfallopfer sozusagen erstmal bedeckt werden, damit die Körperwärme isoliert wird und der Mensch nicht auskühlt. Also ein Formel 1 Rennwagen, also ein Modell der Hochgeschwindigkeit mit dem Material der Opfer der Hochgeschwindigkeit. Also diese Verschränkung findet sich hier im Objekt. Wie kommst du auf solche Ideen? Das ist eigentlich etwas hermisches Laufen. Oder beim Autofahren, beim zum Schnellfahren? Achso, ja, mal so, mal so. Wie komm ich auf solche Ideen? Also ich bin ja Künstler geworden und ich glaube, das ist unser Auftrag, die Gesellschaft mit Ideen zu versorgen und Impulsen, in welche Richtung auch immer. Dafür sind wir da. Das ist unser Auftrag. Und natürlich muss man immer sehen, es ist eine Chance natürlich, es ist ja Burk, oder wie man es will sehen. Also die Plätze sind immer auch beschränkt natürlich, oder? Ja, das ist ja einerseits unsere Beschränkung oder unser Handicap, dass nur maximal 80 Leute loskönnen. Aber das ist auch das Schöne daran, man kann kleine Sachen machen, kleine Konzerte machen. Zum Beispiel am Ende, das weiss ich jetzt gerade so auswendig, findet ein Konzert, also am Pfingst-Mendig, ein Konzert statt mit einem ganz alten Vorläufe vom heutigen Hackbrett, Salterio. Und das findet möglichst da oder in Stockhöcher statt. Ist sowieso immer etwas Spezielles, verstehst du das? Was ist mit der Luftstaffierung, was ist mit Licht, mit Strom? Sicherheitsbestimmungen, ist das noch ein Problem oder lässt sich das so etwas machen? Wir schauen schon, dass das eingehalten wird und wir haben Strom und Licht natürlich, aber das hat alles mit dem richtigen Abstand und mit der richtigen Einstellung ist das gut, sind wir da gut unterwegs. Aber eine Riesenarbeit, dass wir das aufbauen? Eine grosse Arbeit, eine sehr grosse Arbeit, ja. Aber mediale ist natürlich, du hast gesagt, zum achten Mal ein Zugpferd. Ja, es ist ja das Interessante, dass man Geschichte einerseits hat und andererseits Neue. Und in der Geschichte lässt sich vieles zeigen, was aber eben in die Zukunft weist. Also die Geschichte kommt ja von Neumann und geht in die Gegenwart und darüber hinaus. Und das, was vielleicht darüber hinausgeht, das ist vielleicht eben dann die Schlossmediale. oder die Teil der Schlossmediale zeigt immer, was noch möglich ist mit zum Beispiel Musik. Wo stehen wir heute, wo gehen wir hin? Angenommen, vor 50 Jahren hätte man auch den heutigen Pop oder Rock oder so nie voraussehen können. Da hat es auch Leute gebraucht, die das weitergetrieben haben. Und so ist es mit der neuen Musik auch im klassischen Bereich. Das geht einfach immer einen Schritt weiter. Als was man jetzt als Alter schaut, vielleicht fast ein Vordenken für künftige Zeiten wieder? Zum Beispiel ja, aus der Geschichte heraus. Es geht immer ein wenig weiter, es geht auch wieder einen Schritt zurück. Und manchmal geht es noch ein wenig weiter und weiter voraus. Und ich glaube, das zeigt die Schlossmediale sehr gut. Darum die Verbindung zwischen Geschichte und Neuem. Kurz vor Aufgang Turm holen. Jetzt gibt es ja gerne Licht. Unglaublich. Thomas, ein Haufen, Haufen Kisten. Da geht es ab. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Profi hier am Werk sind und das Licht so mitbringen und so installieren, dass es dann eben stimmt. Dass ein Abend lang ein Konzert genossen werden kann und man das Gefühl hat, ja, das ist ein Konzertsaal. Weil das Schloss bleibt ein Schloss, das ist klar. Aber mit der nötigen technischen Innovation oder Ausrüstung ist das eben möglich. Und dann auch Veränderungen. Zum Beispiel, dass der Dachstock dann in einem anderen Licht leuchtet wie sonst. Es geht ja auch darum, das Schloss ein wenig zu verwandeln und eine ganze eigene Stimmung anzubringen. Und ich glaube, da sieht man ganz eindeutig, was das für ein riesiger, riesiger Aufwand ist, dass es sich wirklich auch lohnt, dass über die Leute hierher schlossen, mal anders erleben können. Wir haben gesagt, das ist ein Stück Vergangenheit, die gezeigt wird. Das könnte aber in der Zukunft sein. Also schloss eigentlich richtig beleben, oder? Durch die Medialen, das sagst du auch als Museumsleiter, oder? Absolut. Also ich finde, die Verschränkung ist sicher einmalig und ist in der Museumslandschaft da, in der Schweiz, in der Schlösserlandschaft sicher auch irgendwo durch einmalig, ein Alleinstellungsmerkmal so, dass man beides machen kann. Dass es trotzdem ein Museum ist, doch eine moderne Spielstätte ist und umgekehrt. Ich lade dann alle ein, am Grande Finale, am Schluss der Mediale, dann draussen den Schlosshof zu geniessen und das Schloss so in eine ganz andere Stimmung gebracht zu werden, mit dem Ensemble Constantinople. Ich glaube, das ist für alle etwas, wo es sogar gratis ist, aber jedes einzelne Konzert ist für ganz spezielle Interessen eben auch etwas. Es gibt auch einen Erzählabend am Mittwoch dieser Woche, es gibt Konzerte mit lauten Tönen, es gibt Konzerte mit leisligen Tönen. Und manchmal ist man erstaunt, was man alles noch nicht weiss über die Musik. Und dann eröffnet einem etwas, was vielleicht total schräg ist, manchmal ganz neue Blicken und Welten in der Musik. Und eben auch für Kinder, es gibt ein Kindermediale, es gibt ein paar Geschüsse, es gibt alles Mögliche natürlich auch, oder? Ja, Kindermediale ist natürlich auch wieder passend. Gold heisst das Thema. Vielleicht kennt der eine oder andere das Märchen vom Fischer und seiner Frau, das wird hier aufgeführt. Das ist der, wo seine Frau immer noch mehr will und noch mehr will und noch mehr will. Und am Schluss landet sie wieder dort, wo sie herkommen, nämlich im alten Fischerhäuschen am Meer. Thomas, deine Wundschätzung. Wir haben jetzt Montag am 3. Juni, also vier Tage vor der Eröffnung, oder? Am 7. geht es los bis am 16. Juni. Ihr daheim müsst wirklich nachlesen. Das Programm brennt man natürlich ein. Und es ist wirklich wichtig, dass wenn vielleicht Tickets wieder frei sind, dass ihr das nicht verpasst. Dein grössten Wunsch jetzt gerade so hier vor Ort? Dass es eine gute Stimmung ist, dass die Leute kommen und das Schloss ganz anders mal kennenlernen. Und vielleicht sich auch einen Schritt hineinwagen, wo sie denken, ja, ich habe zwar mit neuem Musik nicht viel am Hut, aber vielleicht ist das gleich etwas, wo mir einen neuen Blick eröffnet. Das fände ich sehr schön. Gehen Sie auf die Homepage, gehen Sie die Billette kaufen, kommen Sie ins Werdenberg-Tourismus unter dem Eingangsstädchen und holen Sie die Tickets gerade ab oder können Sie sie dort bestellen. Also, ich glaube, es hat für jeden etwas letztlich. Eingangsstädchen Und zwar und in der